FP3 Hier die Version, die dieses Jahr von Jorgel auf dem Markt kam Momentan eigentlich die besten FP3s, die man auf dem Markt bekommt Die von UAB sind ja nämlich wirklich gut Und die von Phoenix bekommt man eigentlich nur noch relativ selten, wenn man vielleicht nachfragt oder so Aber die hier können eigentlich gut mithalten Sind von der Qualität her top Lunte ein bisschen kurzi, ich finde so 2008er Phoenix von der Länge her Könnten meines Erachtens ein bisschen länger sein, aber da sie ja noch einen Vorbrenner haben Geht das eigentlich noch Werden in der 20er Packung verkauft Und in der 20er Packung sind hier immer noch so kleine Funderpäckchen drin Das Backcover hier ist schon so ein bisschen kaputt und schräg aufgeklebt Aber so wichtige Informationen stehen hier sowieso nicht drauf Du hast hier nochmal Jorgel, 5 Stück Das NWP Zeichen Ja Werden wir einfach mal testen gehen Das FP3 von Jorgel Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017